hallo mein lieben wie schon versprochen heute hat auch der patrick sich zeit genommen soll dass es ein bisschen gedauert hatte patrick aber ich hatte noch kundschaft da rafael liebe grüße an dich du bist gemeint die mag ich sehr den rafael das aus münchen auch aus münchen kennenlernen müssen ich schulde dem rafael übrigens ein essen weil wir hatten gewettet vor einem halben jahr oder ein jahr ich hatte gesagt putin wird abgesägt und falls nicht bekommt er ein